Hallo Freunde und willkommen zurück zu FIFA Be a Pro. Wir sind im DFB-Pokal gegen Mainz 05 an der Reihe. Und dann schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja noch was gedreht. Kriegen es irgendwie hin, in die nächste Runde einzuziehen. Ey, der war gut. Ah, fuck. Miest. Na, Pfosten. Oh, jetzt springt der wieder raus. Alter, das glaube ich nicht. Ui, das gab jetzt ordentlich Pünktchen. Ich weiß gar nicht, ich glaube 8000 brauchte ich hier, ne? Mist, das habe ich gedacht, er kommt raus. Ja, ich weiß gar nicht. Mist, ich denke mal, der kommt raus. Äh, nee, nicht geschafft. Ach, 12.000 brauche ich hier sogar. Na denn. Los geht's. Gegen Mainz. Ich könnte es mir zum Beispiel... Alter, wie geil ist das denn? Dritte Minute. Und dann fällt hier direkt erst mal so ein Tor. Emmanuel Poté. Geiles Ding. Gut, da rechnet auch kein Schwein mit, dass da so ein Pass kommt. Und vor allen Dingen, dass der so sauber ankommt. Boah, wozu gehe ich nicht hier hinten? Mensch, beim Einwurf gibt's keinen Abseits. Da kannst du mir das Ding ruhig bis da hinten hinschmeißen. Komm, jetzt direkt einen nachlegen. Sack. Fuck. Was hat er jetzt gesagt? Er hat jetzt Elfmeter gepfiffen. Oh, das gibt es nicht. Für was hat er jetzt den scheiß Elfmeter gepfiffen? Oh, verdammte Axt. Ah, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass er den Ball direkt zu mir zurück spielt. Oh, wo renne ich denn rum hier? Ja, worauf wartest du? Worauf wartest du da? Vollidiot. Das war gar nix. Ball landet im Aus. Oh, fuck. Oh, scheiße. Oh. 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 Das war's. 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 Mist. Das war's. 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 Das war's.